So, willkommen liebe Leute. Ich habe gerade meine Zirbeldrüse gereinigt mit dem Schaber und habe mir gedacht, wenn mein Chakra jetzt schon freigelegt ist, mache ich doch einmal die restlichen Fragen, die mir bei Instagram gestellt wurden. Und zwar habe ich ja hier diese lange Liste mal gehabt und da sind noch ein paar Sachen offen. Das mache ich jetzt heute mal, damit ihr natürlich da auch den Rest habt. Also, Frage Nummer 32. Ich mag Käsebällchen. Magst du auch Käsebällchen? Ja, natürlich mag ich Käsebällchen. Sind die besten überhaupt. Natürlich kann man die auch selber machen. 33. Welche Nährstoffe bei Haarausfall supplementieren? Das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten, denn Haarausfall kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen könnt ihr genetisch dazu veranlagt sein. Bedeutet, einige Leute bekommen selbst mit 20 schon Haarausfall. Das liegt aber dann leider in der Familie und da könnt ihr relativ wenig gegen tun. Haarausfall kann natürlich auch passieren, wenn ihr einen Vitamin- oder Mineralstoffmangel generell habt. Aber das an einem ganz bestimmten Supplement dann festzumachen, ist sehr schwierig. Es kann Proteinmangel sein. Deshalb, es gibt auch einen Proteinmangel, liebe Veganer. Tut mir leid, aber ist so. Oder es können halt bestimmte Mineralstoffe oder Vitamine sein. Was genau das ist, ist eben sehr schwierig zu sagen. Bedeutet, wenn ihr Haarausfall habt, ganz komisch auf einmal, dass euch Büschel ausfallen oder mehrere Haare ausfallen als sonst, dann solltet ihr mal darüber nachdenken, dass vielleicht in eurer Ernährung was nicht stimmt. Es kann aber auch sein, dass ihr euren Körper vielleicht gerade aktuell ein bisschen zu sehr stresst und dass die Hormone dann eben ein bisschen durcheinander geraten. Das heißt, die Ursachen müsst ihr erst herausfinden und dann könnt ihr sagen, okay, ich gehe gegen die Ursachen vor. Es ist leider nicht möglich, irgendein Supplement zu nennen, was gegen Haarausfall hilft. Nein, es gibt auch kein spezielles Shampoo mit Koffein oder ähnliches. Das funktioniert leider nicht. Frage 34. Deine Meinung zu Kraft-Dreikampf? Mit Sicherheit eine coole Sache. Also ihr müsst verschiedene Disziplinen erstmal können und nicht nur Bank drücken oder nur Kreuz heben. Das finde ich schon mal eine sehr gute Sache, dass man gerade im Krafttraining eben sich nicht nur auf eine Sache konzentriert, genauso wie bei einem Strongman-Wettkampf oder ähnliches, wo man eben verschiedene Disziplinen hat, wo man wirklich in der gesamten Leistung was bringen muss. Und das finde ich eigentlich immer eine super Sache. Deshalb auch Kraft-Dreikampf eine sehr coole Sache, dass es da auch nach Gewichtsklassen geht und so ist natürlich auch logisch. Ich weiß nicht genau, wie es bei einem Strongman ist. Ich glaube, da gibt es auch so kleine Gewichtsklassen. Aber ansonsten, Kraft-Dreikampf könnt ihr definitiv machen. Wenn ihr sowieso Bodybuilding betreibt oder eure Kraftwerte verbessern wollt, warum nicht einfach mal in einem Verein gehen, anmelden und einfach mal an solchen Wettkämpfen teilnehmen? Dann habt ihr auch ein Ziel vor Augen, auf das ihr hinarbeitet und dementsprechend sowas wie Kraft-Dreikampf oder Bankdrück-Wettbewerb mal zu machen, mit Sicherheit keine schlechte Sache. Dann habt ihr nämlich auch ein bisschen Ansporn, diese Sachen dann durchzuführen im Fitnessstudio und nicht dann zu sagen, oh, ich gehe heute mal nicht. Tja, wenn nächste Woche ein Wettkampf ansteht, dann solltet ihr lieber doch trainieren. Also von daher, eine gute Sache. Schaut euch das mal an. Geht einfach mal in den Verein und macht einfach mal mit. If it fits your macros, deine Meinung dazu. Meine Meinung dazu ist, dass es eigentlich Blödsinn ist. Natürlich funktioniert es insgesamt, dass du dann auch Gewicht abnimmst und so weiter und genügend Protein hast, wenn es deinen Macros entspricht. Allerdings läuft man dann eben Gefahr, dass gerade Leute, die sich nicht auskennen, dann eben dazu greifen, einfach eine Pizza zu essen, wo sie dann auch ihre 55 Gramm Kohlenhydrate, ihr Protein haben und fertig. Dass das Ganze aber trotzdem keine Mikronährstoffe enthält, sollte wohl jedem klar sein. Das heißt, If it fits your macros ist ein eigentlich, natürlich funktioniert es, wenn man es richtig macht, aber da muss man es erstmal richtig machen und dann kann ich auch einfach direkt auf die Nährstoffe achten. Von daher ist If it fits your macros eigentlich totaler Bullshit, weil ich beschäftige mich trotzdem nicht großartig mit meiner Ernährung vielleicht und kann dann deutlich mehr falsch machen, als wenn ich direkt schaue, was sind denn qualitative Lebensmittel, was kann ich denn einbauen, ohne einfach nur auf die Makros zu achten. Also es gibt ja auch unterschiedliche Auslegungen von diesen ganzen Sachen. Ja, natürlich musst du es gesund machen, aber das hilft mir nichts, wenn ich einfach nur so sage, If it fits your macros. Das ist natürlich grundsätzlich schon ein dämliches Prinzip und ein bisschen Quatsch. Also ein einfaches Prinzip wäre, achte auf Lebensmittel, die einfach weniger als zwei Zutaten hinten drauf haben, die möglichst unverarbeitet sind und achte auf dein Protein, das war's. Ist es nachgewiesen, dass Kälte die Ketose fördert? Grundsätzlich hat das mit der Ketose selber relativ wenig zu tun. Natürlich hast du mehr Fettverbrennung, mehr Energieverbrauch, wenn du entsprechend dich der Kälte aussetzt, also Eisbaden gehst oder ähnliches. Das ist natürlich logisch, dadurch verbrennst du mehr Kalorien, dein Puls erhöht sich und so weiter und so fort. Dadurch kommst du natürlich besser in die Fettverbrennung und rein theoretisch schneller in Ketose. Du kannst aber auch einfach nur mal eine Stunde spazieren gehen, dann hast du das Gleiche, als wenn du dich eine Stunde irgendwo ins Eis setzt. Also von daher kommt es am Ende darauf an, entsprechend wie viele Kalorien du verbrennst, ob du jetzt schneller oder tiefer in die Ketose kommst, was auch immer und nicht darauf, ob du jetzt Kälte hast oder nicht. Es wird diskutiert, inwieweit quasi das braune Fettgewebe dann noch erhöht wird, aber es ist natürlich auch so, dass man sich dauerhaft der Kälte dann aussetzen muss und ob das dann Spaß macht, ist auch wieder so eine andere Sache. Ich persönlich gehe dann lieber 5 Kilometer laufen, als dass ich mich dann eben jeden Tag eine halbe Stunde irgendwo in die Kälte setze, ganz ehrlich. Ist es in Ordnung, Ketogen zu machen, über ein paar Monate und dabei hochkalorisch unterwegs zu sein? Ja, natürlich ist das möglich. Natürlich kannst du auch Gewicht zunehmen. Wenn du jetzt zunehmen musst, weil du untergewichtig bist oder so, ist das auch überhaupt gar kein Problem. Wenn du natürlich schon übergewichtig bist, solltest du dich auch nicht überkalorisch ernähren. Aber es ist nicht so, dass nur weil du Ketose hast oder Ketogen unterwegs bist, dass du dann keinen Kalorienüberschuss haben dürftest oder ähnliches. Das ist Quatsch. Das gibt es so nicht. Es erhöht ja auch jetzt nicht die ganze Zeit den Insulinenspiegel, den Blutzuckerspiegel oder sonstige Dinge. Von daher alles safe, das Ganze so zu machen. Das war auf jeden Fall dieses FAQ. Ich weiß gar nicht, welche Nummer, aber so ein paar random Fragen hier, die sind bestimmt auch ganz gut. Ich werde jetzt gucken, was meine Zirbeldrüse macht. Ich habe die mal kurz in den Kühlschrank gelegt, damit die ein bisschen runterkühlen kann. Ich hoffe, eurer Zirbeldrüse geht es gut. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt es gerne unter dieses Video. Dann kann ich das gerne beantworten. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt mit den Videos, schaut in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann irgendwas finden bei Patreon oder sonst wie. Also, wie sind eure Erfahrungen? Hat irgendein bestimmtes Supplement bei Haarausfall geholfen? Oder wie auch immer. Schreibt es drunter und kommentiert. Den Daumen nicht vergessen. Ihr wisst wegen Algorithmus. Bis dann.